Ich weiß halt nicht womit ich es zu tun habe, ne? Achso, der hat die Schlüssel nicht gehört oder was? Ich will nur daran erinnern, dass wir jetzt ein Skill haben, dass der Reviver 25% mehr Damage macht. Oh oh. Ich glaube hinter uns war noch einer. Ich habe mich ein bisschen zu sicher gefühlt. Ich bin kein Problem. da bin ich schon wieder abknallen da darf nicht noch mal passieren irgendwas zum heilen dabei ich habe absolut nichts zu heilen dabei könnt euch erinnern mit welcher munition ich losgegangen bin das waren doch irgendwie 3 4 paket oder so shit wenn ich sagen leute ich bin ganz schön am arsch und 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 Also das klingt jetzt nicht nach einem, der jetzt noch auf der Suche nach mir ist, hat ja auch jetzt echt sportlich genommen, dass seine zwei Kollegen tot sind. Die Strahlung. Heilsäbe. Wir brauchen ein besseres Sichtfeld. Ich habe doch übelst viel Munition dabei gehabt. Warum ist das schon wieder alles leer? Ja. Das Beste, dass ich sehen halt nicht, ne? Was im Henker ist der? Irgendwo da. Ja. Oh, der muss doch schon total im Arsch sein. Ach, hier steht er einfach. Hast du da neue Hörer? Äh, ne, das ist immer eine Alten. Ich ähm, hab nur jetzt, äh, ist jetzt aktuell nicht so warm und es ist ein bisschen angenehmere Spielgefühl. Die wär schon aufgeklaubt, ja, ne? Aber hier musst du ja auch aufpassen wie so ein, ne? Vor allem sind hier schon Strahlungszeichen überall. Das heißt, ich kann hier gar nicht lang. Also noch sind wir im grünen Bereich, aber... Ich muss da jetzt noch weiter reingehen. Oh, ne, es lässt sich danach, okay. Was zum Henker? Und das hat jetzt keinen von den drei interessiert. Ähm. Ich hab kein Midi-Kit. Bro, ich hab kein Midi-Kit. Warte, ich... Ich könnte dir vielleicht ans Köften, warte mal. Ähm. Aber ein Midi-Kit auch noch, ne? Ein Midi-Kit ist ja... Vielleicht können wir ihm helfen, ich guck mal. Ach, hier, guck mal. Ich brauch eh noch mal ne Hallesalbe. Können wir ihm ja dann vielleicht geben. Wir sagen nicht, was wir mit seinen Kumpels gemacht haben. Das müsste in gewisser Weise irgendwie verstorben. Ah. Doof. Ich denke, wir können halt auch nicht einen Haufen craften, weil... ... uns das... ... halt ein Material kostet, das wir brauchen. Ist halt echt bitter, aber was soll ich tun? Wir gehen einfach nicht an ihm vorbei. Das könnte er zum Marsch mal helfen. Er scheint ja nicht weg zu sterben. Was? Warte mal. Saß da gerade was auf dem Baumstumpf? Ja, ne? Gar nicht gruselig. Was soll ich? Schon wieder da? Ist das, weil wir schon wieder Leute erschossen haben? Kommen wir gar nicht hin. Schade, ich wollte da hin. Kommen wir da hin? Nope. Oh, wir kriegen Strahlungsschaden. Bei solchen Indie-Games habe ich auch immer Angst, dass ich irgendwo reinglitsche und festhänge. Muss man ja auch immer aufpassen. Komische Puppe. Wie sehr ich aufgeschmissen wäre ohne diesen verdammten Scanner, ne? Das findest du doch nirgendwo. Da stöbert man nicht drüber. So, hier liegt der NRA-Soldat. Aber was für ein Vieh hat die überrumpelt? Ich würde ihm echt gerne helfen, aber ich kann nicht. Was? 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 Diese komischen Maßeinheiten. 1,5 Kräuter. Hallo? Dann ist er noch. Bisschen unrealistisch, dass die über Funk den Leuten nicht helfen, ne? Es ist dunkel hier. Geiler... Wow. Geiler Wallhack. Du siehst aber nichts. Da hat man ne softere Level Begrenzung gehabt. Natürlich. Kommen wir da nicht rein? Weil ich keinen da... Da fehlt uns der Schlossknacker da, ne? Den wir da auf dem... in dem einen Level da hatten. Der hat's jetzt gemacht, ne? Ohne Scheiß. Ist ja halt einfach mal dunkel wie im Po. Dabei sind hier doch Fenster. So. Also atmosphärisch ist das Game schon, ne? Das muss man schon mal sagen. Ist doch mal gut, dass die Lampe auf einmal dann leer ist. Und dass die immer erst chargen muss wieder. Also gut in Anführungszeichen, ne? Blöd für uns jetzt. Oh. Oh. War vielleicht jetzt nicht so die cleverste Methode. Aber... Die sicherste auf jeden Fall. Wenn wir keine stechen, haben wir auch kein Problem mit der Psyche. Problem ist... Das sucht mich jetzt in der Minute 15. Vergesst, was ich über die Psyche gesagt habe. Wir machen trotzdem. Ja, das ist jetzt doof, ne? Jetzt müssen wir ihn rankommen lassen. Ich bin glaube ich mit... Wie viel hatten wir? 16 Schuss Revolver Munition, ne? Sind wir losgelaufen. Kann mit der Pumpe halt nicht holen auf die Entfernung. Aber komm dran. Guter Mann. Rechte deine Kollegen, komm. Wov' schießt der denn? Wov' schießt der denn? Noch zwei Schuss. Scheiße. Das wird knapper, als es sein sollte. Das wird knapper, als es sein sollte. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Er kann unmöglich wissen, dass ich die Position gewechselt habe. Aber ich sehe ihn auch nicht, ne? Ist irgendwo da hinten. Da ist er. Er sucht mich. Ich bin schon wieder fast im Arsch, ne? Was ist denn das? Fuck. Ich hab dich zu heilen dabei. Und vor allem haben die nichts zu heilen dabei. Und dann haben die mal so poplige 3-4 Schuss Revolver Munition in der Tesch. Ich war gerade in der Skaff-Runde. Hörer neu? Äh, ne. Nicht neu. Das sind meine vorherigen. Ich hab mir die anderen neu gekauft. Die Ineas hab ich mir neu gekauft. Die sind in der Tat nicht neu. Die habe ich nur abgelegt. Ähm. Weil es im Sommer halt so warm ist mit den Teilen. Ich hab da noch ne Schrotflinte, ne? Ist die... Auch leer. Äh. Toll. Also ich hab jetzt ein richtiges Problem, wenn ich jetzt in irgendeinen reinlaufe. Weil ich fast tot bin und nur noch 4 Schuss hab. Das ist hier mein Campfire. Ist halt immer auch ein Waste, ne? Ich brauch das Zeug eigentlich. Erstmal ne Pulle Wodka. Dann werden wir wieder klarkommen. Strahlungsschaden, ok. Ah, what the foc. man hier hoch das war aber auf der map nicht angezeichnet das wäre einfach mal so ein verbindungs tunel gewesen okay lustigerweise war ich ja hier vorhin gar nicht mitgeschnitten